Hallo, Tag 5 haben wir heute. Wir haben 40 Sekunden Training, 15 Sekunden Pause und wir starten heute in der tiefen Plank. Ich hoffe es geht euch soweit gut und ihr seid fit, aber ich glaube das ist alles noch super machbar. 2 mal 40 Sekunden, einmal tief, einmal hoch. Achtung, wir gehen langsam in Position. 4, 3, 2 und los geht's. So, einmal schön wieder halten, schön gleichmäßig weiter atmen. Morgen kommt dann wieder eine schöne Variante jeweils. 40 Sekunden und an Tag 7 gehen wir dann hoch auf 45 Sekunden. So, es sind jetzt noch 20. Schön halten, Po-Backen zusammenkneifen, Bauchnabel einziehen und jetzt noch 12. 8, 4, 3, 2 und du darfst Pause machen. Super, wie ich schon gesagt habe, jetzt müssen wir gucken, dass wir dann auch pünktlich wieder in der nächsten Variante sind, damit wir auch die 40 Sekunden ganz auskosten. Achtung, 3, 2 und schön in die Halteposition. So, schön die Schultern weg von den Ohren. 10 Sekunden sind weg. Falls ihr euch übrigens fragt, man sieht das hier nicht so gut, die Füße habe ich ungefähr so hüftbreit auseinander. Es sind noch 15. Und die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und geschafft. Super, sehr gut. Morgen geht es dann in die Variante und so steigern wir uns noch bis zu Tag 14. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.